so jetzt hat mich kabel mich ist ich werde nicht weiter wieso nicht nichts gemacht das ist ja dringend kann ich noch mal klicken und einladen aber ich habe eigentlich nichts gemacht weil weil ich glaube nicht nicht ja geht doch es wäre gerne wenn die noch so hüte oder so einziehen würden ja einfach charakter mehr gestalten aber das ist glaube ich dann kann das passieren dass wir zwei gegen drei spielen wir haben doch gar keine bots eingestellt ja deswegen jetzt zwei gegen zwei gegen einmal nicht lass die mal erstmal rumprobieren mit der einen taste rollst du also kannst du rollen aufladen mit der kannst du auch zielen also kannst das rollen zielen dann hast du eine taste zum kicken so hier aber mit der taste zum kicken wenn du sie gedrückt hältst kannst du auch zielen also so hier siehst du guck mal mach mal auf den einen pin da da guck mal hier hoch hier nimm mal den ball nimm mal den einen ball und dann drück mal was das ne nicht das nicht a sondern was ist es bei dir kreis ne kreis gedrückt halt du siehst du siehst das wird ja auf dem spielfeld angezeigt halt mal kreis gedrückt wenn du in der nähe vom ball bist genau jetzt kannst du zielen und dann kannst du halt noch ja eigentlich merken sie nicht machen und du kannst halt während du rollst auch die andere taste drücken das heißt du kannst dann anhalten und dann halt rein machen also so hier rollst dann drückst du die andere taste und dann kannst du auch rein machen so wen müssen wir jetzt noch rein machen ach nee das war's doch schon oder ja wir müssen jetzt die players in die in die dingens kaputt ne geh doch so passt ja keine ahnung wie das jetzt funktionieren wird beim fußball bin ich ja gespannt zwei gegen einen oder was ja machen wir jetzt mal viel ball ja 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 Boah! Boah! Hat er nicht gemacht, der Junge. Hat er nicht gemacht, der Junge. Okay, bin ich nicht grün? Wieso kann ich mich nicht mehr steuern? Ich bin süß. Ach ja stimmt, ich bin orange, ich bin so doof. Und was? Was? Komm weg, geht der her. Boah, Alter. Michi, ey. Wo ist er denn? Er hat doch Schutz, ist ja peinlich. Alter. Bastard. Krone, ey. Ja, drück doch nicht weiter, lass doch die erstmal durchlesen. Ich hab nicht gedrückt. Na, der? Hat er immer gedrückt, oder was? Hier musst du einfach rollen, Dima. Am besten. Ja, genau so. Ja, genau so. Aber mich hat er gewinnen lassen wieder. Perfekt. Klagen kannst du hier gar nicht, ne? Oh mein Gott. Hä? Wie hast du ihn zurückgetreten? Mit dem du selber gerollt bist? Ich hab ihn dagegen gerollt. Oh mein Gott. Klingst? Keine Ahnung, ja. Ne, wir machen einen Idol. Idol. Hier musst du einfach, äh, das Idol festhalten, also die Krone festhalten, solange wie möglich. Und. Nice. Nein! Oh, du Wichser. Ja, sehr gut. Hä, wo bin ich denn überhaupt? Hä? Du bist gestorben. What? Ja, sehr gut. Sehr gut. Alter. Gibt's doch nicht. Ey, verarsch mich nicht, Michi. Boah, Alter, das gibt's nicht. Jawohl. Ey. Ja. Was? Was? Nein. Nicht dem. Oh, nicht dieses Bastard schon wieder gewinnen lassen. Oh, warte mal. Ich muss kurz mit dir zumachen. Oh mein Gott, ey. Ja, also ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ist immer noch zu leicht, das Ganze hier. Jaa. Jaaah. Jaaah. das ding dann gegen dich dann bist du verflucht sozusagen mich hier hat das jetzt und jetzt muss er uns damit schlagen so etwas musst du ein von uns damit schlagen genau sehr gut aber wegschlagen den bastard jawohl ja die warte packt dazu okay dass das geht was ja okay oh mein gott was ja michi du kannst beim rollen auch schlagen ich weiß ja das habe ich gemacht ja das ist ja okay nur ich habe verloren was mir sonst noch nie passiert muss ja jetzt bin wir zwei gegen einen oder nicht hier nimmst du einfach den ball das ist wie die man nimmst den ball und dann schlägst du rüber und hier auf der je öfter dabei geschlagen wird so hier einfach rüber oder da ja wohl ich bleib einfach hinten nein ja was ist trotzdem schwer ja genau sehr gut sehr schön die man macht darüber ja gut und der darf nicht zu lange auf unserem spiel verbleibt dabei sehr gut der bot nicht schlecht der bot ist ich habe unten ja sehr geil ja oh mein gott was immer hast du ja sehr gut ja was ist das denn für ein nein oh ja nein bock ich bin mir nicht ja ist Ja. Boah. 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 Rattenbastard. Egal was jetzt passiert, ich hab die nächste Runde gewonnen. Der League ist unvermeidbar. Außer du bist vierter von dreien. Jo, Freefall. Also eigentlich könnte ich jetzt auch gerade stehen bleiben. Direkt das zum Gewinn. Wow. Wow! Ja. T-vec? T-vec? Ah, so ist das. Dane... Das gibt's doch nicht. Jetzt Michi gegen den... Nee, Quatsch. Andersrum, Dima gegen den Schiefer so. Jawoll. Mach den da rein. Das Grundgeld würde ich jetzt verlieren. Oh, nochmal. Nein. Ah, nee, du hast noch einen Punkt, okay. Du hast noch ein Leben. Ey, was ist Schutschelt? Schutschelt, was? Unschwer. Ich hab ihn genau getroffen. Er hat trotzdem gewonnen, weil er ein Bastard ist. Ja, du hast auch schon. Feind. Dima wütend. Wie geil. Oh, wie findest du das, Dima? Oh, was findest du vielleicht? Oh, wir können auch... Äh... Was ist das? Anne, kann man nur in einen Spiel, okay. Ich will jetzt aber auch raus. Ich hab' ich gar nicht mehr. Ja, alles klar. Michi noch nach unten? Ja. Ich hab' ich noch mal vor, das. Ich hab' ich noch mal vor. Äh... Und so. Wollen wir Bord reinstellen? Nee, passiert nicht. in die bilder haben wir gerade schon wieder erlass es mal schnell abschließen das überhaupt nicht jetzt da muss erst mal ein ball einschlagen jetzt bist du dran und schon geht das spiel darfst du nicht vergessen ja aber weiß ja nicht das spiel weiß ja nicht ob du neuer spieler bist oder nicht ja gut dann können wir einfach ein extra machen ist jetzt nicht so schwer dass man jetzt jedes mal neuer spieler schon auch ja aber man wird es ja bei dem aufgestehen alter ist dein ernst wieder komplett krumm gelackt was so bin ich gestorben du kannst du nicht erzählen dass das nicht dass das nicht lucky war wo wir beide aus dem ding ausgeflogen sind da habe ich mir gedacht so mache ich das jetzt ja genau ach so ich habe die falsche taste by the way gedrückt ich habe schlagen gedrückt ich sage einfach mal nichts dazu das ist einfach schiebung alter das ist einfach wo ist jetzt mein charakter so wo er hat gemacht ich habe noch nie probleme damit es Insane! Insane! Insane Ball! Oh mein Gott, war das gut! Hätte ich schlagen gedrückt, wäre ich eh bei dem Ball gelandet. So hier zum Beispiel. Ne, du hättest rollen müssen, dann wäre er nicht langsam als fuck. Siehste? So hier zum Beispiel. Ey, das ist so ein Hi-Spiel, dann ist das echt Hacke. Das ist so Appendance. Ja, genau, genau. Ist das geil? Jawohl, komm. Machen wir's auf mich. Wir haben jetzt einfach verstanden, wie Tennis geht. Man muss rollen und nicht schlagen. Ja, sag ich dir unbalanced. Ja, unbalanced. Und tschüss. Rollen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt macht er hier noch Zeitschiebung. Ich glaube, ich fährt weg. Jetzt gibt's keinen Golden Ball, jetzt kannst du dich immer ficken. Endlich, Alter, man hat das Spiel gewonnen. Jesus. Hä? Achso, ja, weil es den ersten und zweiten Platz gibt's bis jetzt trotzdem erster. Also das macht mit mich Sinn. Ja. Das macht absolut Sinn. Ich sammle halt Punkte im Voraus. Mhm. Ich muss sagen, das tut schon ein bisschen weh, dass ich jetzt verloren habe. Ja, das ist hoffentlich. Damit dein scheiß Ego mal ein bisschen kleiner wird. Boah, Alter, wie schnell das Ding ist. Würdest mich verarschen. Nee, kannst du nicht hinkommen. Oh, bam. Nein. Alter. Oh, shit. Das Ding ist, ich hab fast die ganze Zeit gedacht, du hast das. Ja? Ja. Weil ich... Keine Ahnung, Mann. Ich hab da nicht drauf geachtet, wo das Ding war. Ich hatte auch irgendeine komische Aura oder... Nee, Quatsch. Ich mein, du hattest, glaub ich, auch so eine komische Aura oder so. Ja, wir haben beide ein bisschen pink geleuchtet. Ja, deswegen hat's mich halt gewundert. Unlucky. So, und jetzt das Gleiche wie beim Kleines theoretisch. Ey, bist du hässlich. Du bist doch ekelhaft, ey. Nee. Nee. Hey, Lies. Was... Was wird das hier? Alter! Jawohl! Danke! Danke, 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 danke. Das Ding macht halt keinen Sinn, das ist halt verbuggt. Das ist halt verbuggt. Merkt man, oder? Nein. Komm! Ja, ja! 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 Das ist halt so ne Verarschte! Wen, wen denken die gegen wen der Spiel das spielt? Oh mein Gott, das... Ja! So ne Verarschte hier. Ich kann mich hier schon wieder nicht bewegen, weil das Spiel rumbackt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, das war so schlecht von mir. Sehr gut! Nein! Schlecht! Und sehr schön! Fantastisches Tor! Kann man nicht sagen! Einfach outplayed! Jawohl! Ey! Das ist... Noch eins! Und... Das ist so ein schlechtes Spiel! Ganz ehrlich! Ja, und du bist trotzdem vorne, du bist halt trotzdem vorne, weil du Bastard bist. Also, ich würde nur sagen, das ist, wenn ich jetzt verlieren würde... Ja. Ich würde gewinnen, das wäre ein Unentschieden mindestens. Mmm... Ja und nein. Also Unentschieden, naja. Ja. Entweder ich gewinne oder Unentschieden. Aber ich hab keine Lust auf Unentschieden. Bin ich da... Äh, jetzt ist schon Bock drauf. Ja, gut. Einfach weg mit dir. Wieso bin ich da so schlecht? WTF? Die Steuerung... Nein! 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 Oh mein Gott! Das war so bad! Das war so bad! Oh mein Gott! Das war so bad! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee! Jetzt seh ich nicht ein! Ach, halt's Maul ey! Das ist ja immer die ganze Zeit nur hin und her gelaufen. Ah, fick mich doch. Aber hey, ich habe besser gespielt, das reicht mir. Ja, deswegen hast du auch gewonnen. Ja, ein paar Spiele habe ich gewonnen. 3. Hm.